Das ist die Uschi aus Hessen. Mann, Achim. Wie lange habe ich die nicht mehr besprochen oder gesehen? Hallo Uschi. Barbara, du ich bin die Uschi. Du ich bin so froh, dass ich dich auf diese Kreisfahrt jetzt rüber hab. Die kommt mir so real vor. Diese Gruß. Na wurscht. Ich freu mich halt bloß, dass ich mit meinen Häus dabei sein kann. Dies ist mein Mann. Und der ist ein wasch echter, sag sie. Du und der ist mutig, sag ich der. Und so schlau. Du, der warst fast alt. Du, Barbara, wenn uns die Kreisfahrt gefällt, dann komme mir beim nächsten Mal bestimmt wer mit. In deren Zeit. Das war so schön, dich hier zu treffen. Weißt du, ich bin ja auch noch superglücklich darüber. Weil meine Uschi, die gehen so gern aus Wasser. Und auch nur, dass das Wasser blau und warm ist. Bei uns gibt es sowas nicht. Eifer Piepscher. Und wisst ihr was? Ich kann ja auch noch ein bisschen Englisch sprechen. Ich hab ja auch noch meine Schmörkisch mit. Hier, guck mal. Ich kann ja auch noch Müns, Filder sagen. Und mit den Bahamiens kann ich dann auch noch sprechen. Ich kann ja auch noch ein bisschen Bahamiens lesen und lernen. Ja, aber das machen wir später. Also muss ich mit meiner Uschi jetzt eine trinken gehen. Ja, ich freu mich ja so. Ihr seid herzlich eingeladen. Können wir über alte Zeiten reden, als wir noch Kinder waren. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Okay, alle mal an Bord. Bis zum nächsten Mal an.